Liebe Pfeifen auch auf YouTube, hallo Bombadonius, ich möchte mich kurz bei euch melden mit einem Zwischenstandsbericht. Ich habe mich jetzt längere Zeit stillgehalten und auch kaum kommentiert. Ich habe mir eure Videos angeschaut, aber es war in den letzten Wochen einfach zu wenig Zeit, um aktiv und aktiver an der Community hier teilzunehmen. Ich habe nämlich einen Umzug und die Wand, die ihr hinter mir seht, ist die Wand, die ihr normalerweise von meinen Videos kennt. Dieses Zimmer war mein Arbeitszimmer, da haben wir gestern nochmal ein bisschen geweißelt. Und naja, die ganze Wohnung steht voller Kartons, in zwei Stunden kommt der Umzugswagen, dann kommt mein Nachmieter, dann gibt es Schlüsselübergabe und dann wird in Augsburg das Feld geräumt. Und dann werde ich noch ein paar letzte Wochen im September in meiner Heimat verbringen, bei meiner Freundin am Starnberger See und mal schauen, was das Wetter hergibt. Vielleicht kann ich noch ein paar Runden drin drehen. Und noch einfach ein paar letzte und auch wehmütige Tage in Bayern verbringen. Und dann werde ich ab Oktober nach Hamburg umziehen und mich von dort dann wahrscheinlich frühestens erst wieder melden. Mitte Oktober oder im Oktober irgendwann mal möchte ich dann wieder ein Video machen und euch erzählen, was mich nach Hamburg verschlagen hat. Und auf diese Stadt freue ich mich wirklich. Ich habe auch schon einige sehr nette Hamburger kennengelernt. Ich habe überhaupt keine nicht netten Hamburger kennengelernt und freue mich insofern auf diesen, ich würde sagen, meinen dritten Lebensabschnitt nach München-Augsburg, kommt jetzt Hamburg. Und ja, dem blicke ich wirklich voll Freude und Spannung entgegen. Wir hören und sehen uns dann und ich schaue mir eure Videos an und ihr seid bitte so gut für mich noch ein paar Pfeifen mitzurauchen, weil meine Pfeifen sind jetzt alle aktuell verpackt, meine Tabake auch. Ich habe hier zwar noch zwei Lose rumliegen, die werde ich mal in der Jackentasche mit mir rumführen und vielleicht werde ich mir auch irgendwo dann mal einen Tankstellen-Tabak besorgen und dann die letzten drei Wochen mit zwei Pfeifen und einem Tabak verbringen. Okay, also Rauchringe aus Augsburg und demnächst aus Hamburg. Schöne Grüße, Bomber Domanius.